Top-Meldung! 3.000 Euro Inflationsprämie. Haben Arbeitnehmer und Rentner einen Rechtsanspruch auf Zahlung durch ihren Arbeitgeber? Mein Name ist Peter Knöppel. Ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Arbeitnehmer und Rentner, die in einem Beschäftigungsverhältnis mit einem Arbeitgeber stehen, sollen eine Inflationsprämie bis zu 3.000 Euro bekommen können. So sagt es das dritte Entlastungspaket der Ampelkoalitionäre. Die Prämie von 3.000 Euro oder bis zu 3.000 Euro wäre steuer- und SV-Abgabenfrei, also zahlbar durch den Arbeitgeber Brutto gleich Netto. Im Koalitionsbeschluss vom 3.9.2022 unter Nummer 10 steht unter anderem folgendermaßen, unter der Überschrift Konzertierte Aktion und Unterstützung der Tarifpolitik geschrieben. Der Bund ist bereit, bei zusätzlichen Zahlungen der Unternehmen an ihre Beschäftigten einen Betrag von bis zu 3.000 Euro von der Steuer und von den Sozialversicherungsabgaben zu befreien. Abzuleiten ist, dass Arbeitgeber wahrscheinlich im Jahr 2023 ihren Beschäftigten, also SV-frei, also SV-pflichtigen Arbeitnehmern und Beschäftigten oder auch geringfügig Beschäftigten, bis zu 3.000 Euro steuer- und abgabenfrei als Inflationsprämie zahlen dürfen. Unabhängig von dieser Frage ist natürlich, ob die meisten Arbeitgeber, kleine und mittelständische Unternehmen, ich spreche jetzt hier nicht von riesengroßen Konzernen mit Milliardengewinnen, diese Inflationsausgleichsprämie überhaupt zahlen können. Aber eines ist klar, nach den uns vorliegenden Unterlagen haben Beschäftigte keinen gesicherten Rechtsanspruch auf die 3.000 Euro. Es wäre wie bei der Corona-Prämie eine freiwillige Leistung durch den Arbeitgeber. Er kann, aber er muss nicht zahlen. Er kann auch die Höhe der Zahlung begrenzen, beispielsweise auf 1.000 Euro oder als monatliche Einmalzahlungen in bestimmter Höhe. Damit ist für Sie als Arbeitnehmer und auch als Beschäftigter Rentner klar, 3.000 Euro Inflationsprämie wären wirklich schön, aber Sie haben keinen Rechtsanspruch darauf. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel 8.000 Euro Inflationsprämie